Ah, hört auf ihr Belger! Hör auf du Göre! Diese beiden hatten noch nie was von Privatsphäre gehört oder davon, dass man mich einfach in Ruhe lassen sollte. Für immer. Rebecca und Hayley waren 7 und 5 Jahre alt. Ich bin 10, also bin ich hier die Erwachsene, oder? An jenem Morgen sonnte ich mich in der Nähe des Pools, als die beiden schrecklichen Mädchen mich mit ihren blöden Super Soakern durchnästen. Ich wünschte, meine Eltern würden sie zur Adoption freigeben und sie eines Tages einfach in der Schule vergessen oder so. Das einzig Gute daran, bei ihnen zu wohnen, war, dass wir uns kein Zimmer teilen mussten. Meine Eltern waren reich und wir wohnten in einem schönen Haus. Wir hatten unsere eigenen Zimmer und als ich 10 wurde, durfte ich meine Tür abschließen. So konnten sie mich für ein paar Stunden am Tag nicht stören. Schaut weiter, um zu sehen, wie mein Opa mein Leben verändert hat und wie ich diese Gürgen für eine lange Zeit losgeworden bin. Ja, mein Großvater, der Vater meines Vaters. Ihm gehörte eines der beliebtesten Weingüter und er investierte sein Geld auch in viele andere Dinge. Ich glaube, mein Vater hat irgendwie von ihm gelernt und ist so reich geworden. Aber mein Großvater war noch reicher. Er lebte in dem größten Haus, das ich je in meinem Leben gesehen hatte. Es war größer als ein Einkaufszentrum und definitiv luxuriöser. Nicht nur das Haus war groß, auch die Umgebung war riesig. Er hatte sogar ein Labyrinth in seinem Garten und einmal hätte ich mich fast darin verirrt und den Weg nicht mehr gefunden. Ich war stolz darauf, seine Enkelin zu sein und ich konnte vor allem damit prahlen. Aber eines Tages geschah etwas Trauriges. Mein Großvater beschloss, Halschum springen zu gehen und nun ja, sagen wir, er kam nicht mehr zurück. Mein Vater wurde zur Verlesung des Testaments gerufen und als er nach Hause kam, sah er verwirrt aus. Nun, wie ihr alle wisst, hatte mein Vater ein riesiges Vermögen. Wir werden etwas davon erben, aber es scheint, dass Kimmy sein Liebling ist. Was meinst du damit, Dad? Nun, er hat dir sein Haus vermacht. Hm, was meinst du? Der Besitzer bist jetzt du. Was? Das ganze Haus? Ja, Liebes. Meine Mutter und meine nervigen Schwestern starrten mich alle an. Wow, ich war der Besitzer einer Villa. Nun, Dad, ich denke, es wird Zeit, dass ich mehr Unabhängigkeit bekomme. Wann kann ich einziehen? Haha, junge Dame, du bringst mich zum Lachen. Du kannst einziehen, wenn du 18 bist. Nein, komm schon! Naja, vielleicht solltest du sie einfach machen lassen, was sie will. Vielleicht kann sie eine Woche lang versuchen, dort zu leben und wenn es ihr gefällt, kann sie länger bleiben. Außerdem arbeiten dort 30 Angestellte. Sie könnten ein Auge auf sie haben. Mom, du bist so schlau. Papst hast du gehört? Ich kann also ausziehen, oder? Ach, gut. Können wir mitkommen? Ja, wir kommen! Nein! Ich ging sofort in mein Zimmer, packte meine Tasche und meine Lieblingssachen und bat meinen Dad, mich zum Haus des Opas zu fahren. Schon? Ja! Nein, wir fahren morgen. Ich hätte fast einen Wutanfall bekommen, aber ich ging zurück in mein Zimmer und schloss die Tür. Am nächsten Tag kamen wir bei meinem Opa, naja, bei meiner Villa an. Der Butler wartete schon an der Tür auf mich. Guten Tag, Miss Kimmy. Sie haben 45 verschiedene Zimmer zur Auswahl. Bitte suchen Sie sich eins aus. Hallo Gregory! Nun, da ich jede Nacht in einem anderen Zimmer schlafen kann, muss ich mich nicht entscheiden. Könntest du die Köche bitten, jede Menge Pizza fürs Mittagessen zu machen? Danke! Ich tanzte die Riesentreppe hinauf und tanzte durch die Flure, wobei ich die Türen jedes einzelnes Zimmers im Gebäude öffnete. Alle Schlafzimmer waren riesig, aber zusätzlich gab es noch ein Spielzimmer, ein Bowlingraum, ein Heimkino, eine Sauna, ein Fitnessraum und eine Bibliothek. Mein Vater blieb noch eine Weile, um sich mit dem Personal zu unterhalten. Sie wunderten sich, warum er mich so gerne allein ließ, aber er erklärte ihnen, dass ich anders sei. Naja, meine Befreiung von diesen zwei dummen, schrecklichen, nervigen Waschbärschwestern. Aber wisst ihr, was das Schlimmste war? Ich musste immer noch zur Schule gehen. Am nächsten Tag weckte mich Gregory, als es an der Zeit war, und brachte mir ein wunderbares Frühstück. Danach kam Lola, meine neue Assistentin, um mir zu helfen, ein Outfit für die Schule auszusuchen. Dann fuhr mich Peter, der Fahrer, in einem teuren Auto meines verstorbenen Großvaters. Ich weiß nicht viel über Autos, ich weiß nur, dass es viel kostete. Auf dem Weg zur Schule hatte ich eine glänzende Idee. Ha, warum nutzte ich nicht mein neues Vermögen zu meinem Vorteil? Ich kann das beliebteste Mädchen der Schule werden, wenn die Leute wissen, dass das mein Haus ist. Hey Pete, können wir mal kurz bei der Druckerei anhalten? Ich muss noch was erledigen. Klar, Schätzchen. Ich druckte 200 Einladungen für meine Einweihungsparty am nächsten Wochenende und als ich zur Schule kam, gab ich jedem, den ich sah, eine. Ich war sofort eine Sensation. Mit der Hilfe meiner 30 Angestellten wurde meine Party ein Knaller. Ich hatte nicht mal meine Familie eingeladen. Ich konnte doch nicht zulassen, dass meine kleinen Schwestern alles ruinieren. Ihr wisst, was ich meine. Im nächsten Monat verbesserte sich mein soziales Leben in der Schule. Alle wollten mit mir abhängen oder in meine Villa kommen, um sich zu entspannen. Meine Eltern kamen ab und zu, um nach mir zu sehen, aber als sie merkten, dass ich gut alleine zurechtkam, hörten sie auf, sich wie Helikopter-Eltern zu verhalten. So, das war's. Ende gut, alles gut. Die Geschichte ist vorbei. Juhu! Nope. Diese Dinge wurden wirklich seltsam. Und wenn ich euch sage seltsam, dann meine ich wirklich seltsam. Ich habe ein wirklich gutes Gedächtnis und weiß immer, wo die Sachen waren. Aber eines Tages fingen an, meine Sachen zu verschwinden. Ich habe zum Beispiel meinen Rucksack auf den Tisch gestellt, mich umgedreht und dann war es weg. Das passierte bei so vielen Dingen. Meine Schuhe, mein Computer, mein Tennisschläger. Ich dachte schon, ich würde den Verstand verlieren, aber das konnte nicht sein. Jemand spielte mir einen Streich. Dann fing ich an, in der Nacht Geräusche zu hören. Obwohl ich zehn bin, bin ich kein Angsthase, okay? Ich habe nie an Geister oder Monster oder Außerirdische oder sowas geglaubt. Aber jede Nacht wurde ich von einem sehr erschreckenden Geräusch geweckt. Einmal hörte ich das Heulen eines Wolfes. Und in der anderen Nacht hörte ich ein Baby laut weinen. Ich suchte überall nach dem Baby, aber es war nirgendwo zu finden. Dann eines Nachts hörte ich seltsame Piepgeräusche. Es war furchtbar. Ich begann das Personal misstrauisch zu beobachten, weil ich mich fragte, ob sie etwas im Schilde fühlten. Zuerst folgte ich Gregory. Aber ich stellte sicher, dass er nicht wusste, dass ich hinter ihm stand. Aber er führte einfach sein langweiliges Butler-Leben weiter und tat nichts Interessantes. Also änderte ich mein Ziel. Ich beschloss, Lola zu verfolgen. Nachdem sie eines Tages mein Outfit für die Schule ausgesucht hatte, tat ich so, als ging ich zur Schule. Aber ich sagte dem Pfarrer, dass ich zu Hause bliebe und schlich mich wieder hinein. Lola schien ganz normal. Sie sah eine Weile fern und spielte dann auf ihrem Handy. Aber dann sah ich sie in die Küche gehen, als niemand hinsah. Sie öffnete den Kühlschrank und holte einen großen Behälter heraus. Sie öffnete ihn, schob die Hand hinein und steckte etwas Großes und Schwarzes in den Mund. Ich schaute genauer hin und fiel fast in Ohnmacht. Es war eine Fledermaus. Sie aß alles auf und schloss den Behälter und stellte ihn zurück in den Kühlschrank. Ich sah zu, wie sie wegging und ging dann zum Kühlschrank, um selbst nachzusehen. Ich öffnete ihn und dann sah ich einen Haufen Fledermäuse. Warum waren da Fledermäuse im Kühlschrank? Und warum hat Lola sie gegessen? Das macht doch keinen Sinn. War ich in einem Traum? Hatte ich meinen Verstand verloren? Ich rannte und suchte Gregory, um zu erzählen, was ich gesehen hatte. Aber als ich ihn endlich fand, saß er im Heimkino und schaute ernst auf deinen lila Bildschirm. Es war fast so, als wäre er in Trance. Seine Augen waren sogar grün. Ihr denkt wahrscheinlich, dass ich sofort zu dem Haus meiner Eltern gerannt bin, um da zu bleiben. Aber ich ging einfach in mein Zimmer und schlief ein. Ich war davon überzeugt, dass irgendwas mit mir nicht stimmte und ich wollte auf keinen Fall in die Nähe meiner nervigen Schwestern. Alles war besser als das. Ich dachte, wenn ich nur ein Nickerchen mache, würde ich aufwachen und alles wäre wieder normal. Glaubt ihr, es war so? Nein, das war es nicht. Ich wachte später auf und beschloss, mich an den Pool zu setzen, um einen klaren Kopf zu bekommen. Aber wisst ihr was? Der Pool war nicht mehr da. Wie genau war der ganze Pool verschwunden? Ich habe keine Ahnung. Ich rannte ins Haus und schrie jeden an. Gregory, wo ist der Pool? Pool? Wir hatten hier nie einen Pool. Doch hatten wir. Ich habe all meine Freunde hier eingeladen. Weißt du noch? Wir hatten eine Poolparty. Wie kann ein Pool verschwinden? Geht es Ihnen gut, Mrs. Kimmy? Ob es mir gut geht? Ihr seid alle verrückt hier. Ich ging zurück in mein Zimmer und fing an zu weinen. Diese Leute waren verrückt. Irgendwas stimmte hier definitiv nicht. Ich wusste, dass ich gehen musste und zwar schnell. Ich war so mit meinen Gedanken beschäftigt, dass ich bis zum nächsten Tag einschlief. Ich wusste, dass es der nächste Tag war, denn die Sonne schien mir direkt ins Gesicht. Ich schaute aus dem Fenster und erschrak. Der Pool war wieder da. Als wäre er nie weg. Gregory! schrie ich. Ja, Mrs. Kimmy? sagte er und eilte zu mir. Ihr habt doch gesagt, dass wir keinen Pool hier haben. Habe ich es gesagt? Geht es Ihnen gut? Ihr seid ja alle verrückt. Spielt ihr mit meinem Kopf? Nein, sind wir nicht. Ich wüsste nicht, wovon sie reden. Wir hatten schon immer einen Pool. Und du wusstest, dass Lola Fledermäuse frisst? Fängst du sie für sie? Was redest du denn da? Ich will sofort nach Hause. Aber du bist doch zu Hause. Zu meinen Eltern. Okay, gut. Ich hole den Fahrer. Er bringt dich hin. Er sah verwirrt aus. Als hätte ich seine Gefühle verletzt. Schaut mich nicht so an. Ihr seid alle Lügner. Und sobald ich gehe, seid ihr alle gefeuert. Verschwindet aus meiner Villa und kommt nie zurück. Peter brachte mich nach Hause und meine Schwestern waren zur Schule gegangen. Meine Eltern saßen da. Was machst du hier, Kimi? Irgendwas stimmt nicht mit dem Haus. Und mit jedem, der dort arbeitet, stimmt auch was nicht. Peter ist vielleicht eine Ausnahme, aber alle anderen haben ein Problem. Lola frisst Fledermäuse und gibt seltsame Geräusche in der Nacht von sich. Dinge verschwinden. Der Pool ist verschwunden. Ah, wow, Schatz. Geht's dir gut? Hast du richtig gegessen? Vielleicht ist was passiert, wenn man jeden Tag Pizza zum Mittag mampft? Äh, man verliert den Verstand. Mir geht's gut. Warum gehst du nicht hin und überzeugst dich selbst? Geh sofort hin und du wirst sehen, dass ich's die Wahrheit sage. Okay, vielleicht machen wir das. Wir werden einen Babysitter für dich und deine Schwestern engagieren und gehen nachforschen, sagte mein Vater. Nachdem meine Schwestern von der Schule zurückkamen und der Babysitter vorbeikam, fuhren meine Eltern weg. Der Babysitter machte uns Essen. Dann ging ich direkt in mein altes Zimmer und schloss die Tür ab, weil ich mich nicht mit Hayley und Rebecca treffen wollte. Ich spielte ein bisschen auf meinem Laptop und er unterhielt mich mit Online-Freunden. Hey, wann wollten deine Eltern zurückkommen? Es ist schon Mitternacht. Ich kann nicht mehr lange hierbleiben. Ähm, wow. Oh, sie hätten schon längst zurück sein müssen. Vielleicht ist ihnen etwas zugestoßen? Ich hab versucht sie anzurufen, aber niemand nimmt ab. Oh nein, ruft die Polizei. Vielleicht ist ihnen was zugestoßen. Sie dachte ich übertreibe, aber ich hatte das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmte. Ich rief sie an und gab ihnen die Adresse. Die Babysitterin fuhr mich und meine Schwestern zu dem Haus. Als wir dort ankamen, standen überall Polizeiautos. Nein, Officer, niemand ist hergekommen. Ich habe kein Paar gesehen. Es tut mir leid. Er hat recht. Sie können die Überwachungskameras prüfen. Wir haben keine Besucher gehabt. Die Beamten schienen überzeugt zu sein, aber Gregory und Lola hatten einen bösen Blick drauf. Es sind jetzt drei Monate vergangen und von meinen Eltern ist keine Spur mehr da. Im Moment leben meine Schwestern und ich bei unserer Tante auf dem Lande. Ich verstehe immer noch nicht, was in diesem Haus passiert ist oder was mit meinen Eltern passiert sein könnte, aber ich wünschte, alles würde wieder normal werden. Wollt ihr einen zweiten Teil? Dann bringt das Video auf 30.000 Likes.